Ja, meine lieben Freunde, also was das Himmelfahrtskommando des Kiewer Regimes betrifft in der Region Kursk, so herrscht ja nun in den Medien weitestgehend Stillstand dazu, was natürlich auch nicht von ungefähr kommt. Das deutet auf jeden Fall auch darauf hin, dass da weitestgehend die Front stillsteht, dass da nicht mehr allzu viel passiert. Also weder zugunsten jetzt der ukrainischen Armee, noch zugunsten der russischen Armee, ja. Also da hat sich das Ganze mehr oder weniger stabilisiert. Was haben wir da nicht alles gehört von den Vertretern des Kiewer Regimes, von der westlichen Propaganda, von sonstigen Propagandisten und so weiter? Also auch das hat sich, wie auch vieles andere in den letzten zweieinhalb Jahren, mal wieder ganz klar als Pustekuchen herausgestellt. Was alle anderen Frontabschnitte betrifft oder die meisten anderen Frontabschnitte, so entwickeln sich dort die Geschehnisse ohne Zweifel zugunsten Russlands. Vor allem natürlich am Frontabschnitt in der Region Donetsk in Richtung der Stadt Pukrovsk, wo ja die Russen einen massiven Vorstoß gerade am Fahren sind in Richtung Osten. Massiv aufs Tempo drücken. Ich glaube, das Tempo, in dem sich jetzt die russischen Streitkräfte voranbewegen, das gab es sicherlich seit Beginn der speziellen Militäroperation so nicht. Also wirklich, sie nehmen dort eine Siedlung, eine Ortschaft, ein Dorf nach dem anderen unter ihre Kontrolle. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Karte anschauen, will ich auch ganz klar darauf hinweisen, dass das Tempo, in dem sich die russische Armee jetzt gerade fortbewegt, eben gerade so schnell ist, dass das Institute for the Study of War, die Amerikaner, von denen ich die Karte auch hier immer wieder nehme, dass die auch gar nicht hinterher kommen, die Karte rechtzeitig zu aktualisieren. Also wie gesagt, der Vorstoß der russischen Armee in Richtung der Stadt Pukrovsk Richtung Osten ist ja wirklich massiv. Jetzt haben sie nun auch die nächste Stadt auf dem Weg in Richtung Pukrovsk, die Stadt Novogrodowka, zumindest zu einem großen Teil eingenommen und das innerhalb weniger Tage. Und das, das will ich ja auch noch mal betonen, das ist auf jeden Fall auch ziemlich neu, weil es hat es das auf jeden Fall schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben, dass es in dieser Stadt auch keinen nennenswerten Widerstand gegeben hat seitens der ukrainischen Armee und dass es dort dementsprechend auch sehr, sehr wenig Zerstörung gibt, dass die Gebäude fast alle noch intakt sind. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil für die russische Armee im weiteren Verlauf, dass eben die russische Armee diese Stadt dann eben als Festung nutzen kann für den weiteren Vormarsch in Richtung Pukrovsk. Schauen wir uns hierzu mal kurz einen kleinen Ausschnitt an aus der gestrigen Sendung von unserem Freund von Herrn Röttge, nämlich vom Bild Lagezentrum zu diesem Thema. Und wir beginnen mit der dramatischen Lage in der ostukrainischen Region Donetsk. Dort hat die russische Armee allein in den letzten 24 Stunden zwei weitere Orte unter Kontrolle gebracht, ist auf eine weitere Großstadt vorgerückt, hat die angeblich auch betreten und ist nördlich der weiteren Großstadt Novokhodovka, die vor wenigen Stunden, vor zwei Tagen erst erobert wurde, weiter vorgerückt. Wir wollen uns erst einmal neue Aufnahmen ansehen, die die Russen dort zeigen. Und diese Aufnahmen sind tatsächlich ziemlich bezeichnend. Und wir sehen hier eine Straße eines weiteren Ortes mit Namen Kalunove, der hier von Russen gestern erobert wurde. Und wir sehen eben, wie die russischen Soldaten ja relativ ungestört sich auf der Hauptstraße bewegen können, wie sie auch gefilmt werden von den eigenen Drohnen. Und es gibt keinen ukrainischen Widerstand. Und das Ganze ist tatsächlich unerklärlich. Wir schauen uns dazu die Karte an, die uns wirklich diese Dramatik noch einmal mehr zeigt im Raum Pokrovsk. Und man muss sich das vorstellen, diese Karte, wir machen das immer so, wir bereiten natürlich am Vortag diese ganzen Beiträge vor, bereiten die Videos vor, versuchen die zu verorten. Und diese Karte ist allerdings von heute Morgen. Das heißt, sie ist einige Stunden später entstanden. Und was wir eigentlich zeigen wollten, waren die Aufnahmen eben aus Kalunove. Das sehen wir hier, dieses kleine Dorf. Und dieses Dorf war gestern noch die Front. Das war gestern der weiteste Fortschritt der russischen Armee. Jetzt sind wir keine zwölf Stunden später. Und wir müssen ganz klar eingestehen, dass hier dieser weitere Ort, nämlich Memryk, auch unter russischer Kontrolle gefallen ist. Das heißt, da sind die Russen in nur einem Tag weitere drei Kilometer vorgerückt. Auch heute Morgen haben wir russische Soldaten in Memryk. Das heißt, wir sehen relativ klar, dass der Vorsprung hier so schnell vonstatten geht, dass wir mit den Karten nicht mehr hinterher kommen und dass die ukrainische Armee eben offenbar nicht mehr in der Lage ist, hier auf dem Boden zu verteidigen. Wir haben die Situation, was ich am Anfang schon gesagt hatte, dass wir Nowochodewka, eine ehemalige 14.000 Einwohnerstadt, hier haben, die noch vor einer Woche komplett unter ukrainischer Kontrolle war. Aber die Russen sind dort fast ohne Widerstand eingezogen. Es gab wohl ein Panzer im Zentrum der Stadt, die versucht hat, diese Stadt zu verteidigen. Das hat nicht funktioniert. Die wurden dort überrannt, die ukrainischen Soldaten, die übrig waren. Und die Russen gehen jetzt hier weiter in Richtung Norden. Wir haben es hier mal eingezeichnet, vor, entlang der Bahnlinie. Und sind nur noch etwa acht Kilometer von Pokrovsk, dieser Großstadt, hier oben entfernt. Ja, und noch ein kleiner Fakt am Rande. Also die einzige Stadt, die ja die ukrainische Armee im Rahmen ihrer groß angelegten, heldenhaften Operationen der Region Kursk einnehmen konnte. Nämlich Suja. Da hat die Einwohnerzahl vor dem Krieg ungefähr 6.000 Einwohner betragen, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei der Stadt Nowochodewka, die die russische Armee ja zumindest zum großen Teil, wenn nicht gar schon komplett, eingenommen hat innerhalb weniger Tage. Da hat die Einwohnerzahl bisher ungefähr 14.000 Einwohner betragen. Also das auch noch einmal am Rande erwähnt. Und jetzt hier, wenn wir schon dabei sind, nochmal ein kurzer aktueller Post von Julian Röpke von heute auf der Plattform X, ehemals Twitter, was diese Stadt betrifft. Und zwar schreibt er hier, also original auf Englisch. Ich werde hier wieder die deutsche Übersetzung vorlesen, beziehungsweise hier das ein oder andere auch nochmal verbessern. Und zwar schreibt er hier, die russische Invasionsarmee eroberte Memrik und rückte nordwestlich von Nowogodowka vor. Nowogodowka, wie gesagt, das ist diese Stadt mit ehemals 14.000 Einwohnern. Der tägliche Vormarsch östlich von Pokrovsk beträgt nun bis zu drei Kilometer, ohne dass vor Ort irgendwelche ukrainischen Soldaten ihnen den Weg am Boden versperren. Ja und an diesem Frontabschild rücken ja die russischen Streitkräfte nicht nur in die Tiefe vor, also Richtung Osten auf die Stadt Pokrovsk, sondern auch in die Breite. Unter anderem auch in Richtung Süden, wo sie ebenfalls ein Dorf nach dem anderen einnehmen. Und nun beginnen sie jetzt auch seit gestern Nacht den Sturm der nächsten wichtigen Stadt, nämlich Selidovo. Auch dazu einmal ein kurzer Post von unserem Freund, dem Herrn Röpke. Auch hier wieder die deutsche Übersetzung. Was östlich von Pokrovsk passiert, sieht nach einem groß angelegten Rückzug der verbleibenden ukrainischen Streitkräfte aus. Die Russen sind bereits im Einsatz, gut, das ist jetzt falsch übersetzt. Die Russen befinden sich bereits in Selidovo, das ist die nächste Stadt, und haben Berichten zufolge das Zentrum der 23.000 Einwohner zählenden Stadt erreicht. Die russische Vormarschgeschwindigkeit und die ukrainischen Beschwerden, also dass sich die Ukrainer eben beschweren, nicht in die Beschwerden in Form von Krankheit, deuten darauf hin, dass es in der Gegend keine nennenswerte Verteidigung gibt. Ja, eine sehr, sehr bittere Bilanz. Und wir haben weitere dramatische Berichte von heute Morgen, sowohl von ukrainischer als auch von russischer Seite, nämlich, dass Selidovo, eine weitere Stadt hier mit 23.000 Einwohnern, dass die heute Morgen mittlerweile erreicht wurde. Das heißt, hier haben wir noch eine relativ konservative Karte, die eben die Russen in einem Vorort von Selidovo zeigen. Allerdings gibt es die, ja, schon, man muss schon sagen, fast bestätigten, noch nicht visuell bestätigten, aber von ukrainischen Aktivisten und Soldaten bestätigten russischen Berichte, dass auch Selidovo heute Morgen betreten wurde von der russischen Armee und dass man dort mehrere hundert Meter innerhalb der Stadt vorgerückt ist. Mit anderen Worten, das Ganze eine wirklich dramatische Situation, die man sich kaum erklären kann. Jede Woche schreitet die russische Armee hier, ja, bis zu fünf, sechs, sieben Kilometer voran, nimmt pro Woche um die zehn Siedlungen ein auf ukrainischer Seite, inklusive Kleinstädte und wahrscheinlich auch bald größere Städte, wenn es so weitergeht wie in den letzten Stunden. Und das Ganze ist schon eine sehr, sehr eigenartige Situation, die sich einfach niemand richtig erklären kann. Ja, und dass die Russen eben nicht nur direkt nach Osten in die Tiefe vorrücken auf die Stadt Pokrovsk, sondern eben auch in Richtung Süden, macht die Situation für die ukrainische Armee besonders gefährlich, weil die Russen eben auf diese Weise in die Flanke und in den Rücken der gesamten südöstlichen ukrainischen Gruppierung vorstoßen. Also faktisch in den Rücken der Gruppierung von Ugledar bis hoch nach Marienka bzw. Krasnagorovka. Wo es ja auch so schon nicht allzu gut aussieht für die ukrainische Armee in dieser Region. Und ich muss auch sagen, dass dieser Frontabschluss auch sehr, sehr wichtig ist, weil wenn die russischen Streitkräfte es nämlich dort schaffen, vorzurücken, und momentan tun sie das auch auf jeden Fall, dann erweitern sie damit auf diese Weise auch den Landkorridor vom russischen Kernland bis auf die Krim. Und auf der anderen Seite hat das Kiew-Regime natürlich ein Interesse daran, diesen Korridor schmaler zu machen, um auf diese Weise dann besser unter anderem die Krim attackieren zu können. Aber wie gesagt, auch hier entwickelt sich das auf jeden Fall zugunsten Russlands. Und da macht ja jetzt die russische Armee den ukrainischen Streitkräften ja massiv Feuer und das von zwei Seiten. Einmal von vorne quasi aus der südöstlichen Richtung und einmal aus der nördlichen Richtung. Eben was ich gerade beschrieben habe, dass eben jetzt die Russen auch über die Stoßrichtung Pokrovsk, Richtung Süden vorstoßen, in den Rücken dieser ukrainischen Militärgruppierung. Und inzwischen, das bestätigen jetzt sogar auch beide Konfliktparteien, hat die russische Armee jetzt auch die nächste strategisch wichtige Ortschaft, nämlich Konstantinovka, eingenommen. Wir schauen weiter in andere Regionen von Donetsk, etwas weiter im Süden und haben auch dort die Situation, dass die russische Armee hier relativ schnell vordringt. Wir haben Aufnahmen hier von einem Checkpoint, also von einem Kontrollposten auf einer wichtigen Autobahn zwischen Wule da und Konstantinovka. Und dieser Checkpoint ist jetzt mittlerweile auch hier unter russischer Kontrolle, wie man hier sieht. Wir sehen jetzt, wenn rausgezoomt wird, das ist eine sehr wichtige Kreuzung eben. Das, was wir hier sehen, ist die von Süden hier links nach Norden rechts gehende Hauptstraße, die über Monate ein wichtiger Versorgungsweg war für die ukrainische Armee. Ich mache das mal auf rot, dann sieht man das besser. Wir haben hier eine weitere kleine Straße, die nach Wurjana abführt. Und wir haben hier daneben auch die Schienen. Auch die gehen von Osten nach Westen und all diese wichtigen Verkehrswege, auch wenn hier zerstört, sind jetzt mittlerweile unter russischer Kontrolle. Auch das wollen wir uns auf der Karte ansehen. Und wir befinden uns ja hier in der Region Kurachove im Südosten des Landes. Und wir sehen jetzt nochmal das, was wir gerade eben beobachtet haben, nämlich Wurjana ist hier dieses Dorf weiterhin unter ukrainischer Kontrolle. Und was wir gerade gesehen haben, sind die Übergänge über die Bahnen, über die Autobahnen und über die Schienen hier in dieser Region. Weiter unten haben wir Wule da, auch das noch unter ukrainischer Kontrolle. Aber Konstantinowka, wo diese Straße hinging und wo erst auch vor vier Tagen, etwa vor fünf Tagen die Kämpfe angefangen haben, auch Konstantinowka wurde komplett von der ukrainischen Armee aufgegeben. Die Russen haben dort gestern Abend im äußersten Westen dieses Ortes ihre Flagge gehisst. Und das Ganze ist schon, ja, schon insofern beeindruckend, dass man um Novo Mikhailivka, das ist der nächste Ort, etwa genauso groß, vielleicht ein kleines bisschen größer, da wurde sechs Monate drum gekämpft. Da hat die ukrainische Armee wirklich alles versucht, um hier entgegenzuhalten. Dieser Ort Konstantinowka nur, was sind das, acht, neun Kilometer weiter westlich, wurde also innerhalb von vier bis fünf Tagen von der russischen Armee überrannt. Das Ganze, sehr, sehr schlechte Nachrichten für die Ukraine. Ja, also eine wirklich dramatische Lage für das Kiewer Regime. Aber auch in den anderen Frontabschritten sieht es für die ukrainische Armee nicht weniger gut aus. Insbesondere am Frontabschritt Toretsk, also dieser Städtegürtel, wo die russische Armee sich jetzt schon in der größten Stadt davon befindet, nämlich in Toretsk und auch immer weiter im Stadtgebiet vorrückt. Dann natürlich auch Chasov-Yar westlich von Bachmut. Und auch der Frontabschritt im Nordosten aus ukrainischer Sicht bei Kupansk, wo die Russen ebenfalls Stück für Stück immer weiter Richtung Westen vorrücken. Also für das Kiewer Regime sieht es ja wirklich sehr, sehr schlecht aus. Alles kracht gerade komplett zusammen, insbesondere am Frontabschritt Pokrovsk. Also wirklich eine massive Katastrophe, auf die sie sich gerade in vollem Tempo zubewegen. Genauso schnell, wie die russische Armee sich auf Pokrovsk zubewegt. Und auch hier nochmal ein kurzer Post von unserem Freund, dem Herrn Röpke, der die Situation sehr gut beschreibt. Seine nicht ohne Grund sehr, sehr depressive Stimmung. Drei Wochen nach Beginn der ukrainischen Kursk-Offensive sind wir wieder dort, wo wir am 5. August waren. Entweder die Front steht still oder Russland rückt vor. Mache der Ukraine keine Vorwürfe. Aber der große Wurf war der Überraschungsangriff auf Russland bislang aus Rufezeichen nicht. Und das sage ich nicht aus Jux und Tollerei oder weil es mir Spaß macht, schlechte Nachrichten zu verbreiten. Sondern nach einer Stunde Recherche nach irgendeiner positiven Nachricht oder irgendeines relevanten ukrainischen Videos für meine Sendung morgen. Finde keines. Ja, sehr bezeichnet natürlich auch hier von einem professionellen Bildjournalisten seine Arbeitsweise. Aber gut, wer bin ich denn, um ihm hier irgendwie Tipps zu geben? Auf jeden Fall gibt es ja jetzt überhaupt keinen Zweifel mehr, dass die Situation für die ukrainischen Streitkräfte, für das Kiewer-Regime wirklich sehr, sehr katastrophal und dramatisch ist. Dass wirklich alles gerade am Zusammenbrechen ist. Und dass die Hoffnungen, hier irgendwie Russland in Schwierigkeiten bringen zu können, die russische Offensive stoppen zu können. Dass diese Hoffnungen völlig umsonst waren. Und dass alle Pläne des Kiewer-Regimes und des Westens wieder einmal gnadenlos gescheitert sind. Gut, aber dafür haben sie ja Präsident Putin blamiert. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.